Vielen herzlichen Dank. So, und jetzt zeige ich Ihnen den schönsten Arsch der Welt. Was? Nein, das ist er nicht. Hier, du. Sag mal. Ich glaube, ich spinne. Das ist Justin Bieber. Ich weiß nicht, ob das sein Urlaub ist in Australien. Da ist er beim Tauchen vom Hai attackiert worden und wollte vielleicht seinen Fans zeigen, dass er unversehrt geblieben ist. Von hinten, meinst du? Von hinten. Aber das Ding ist ein totaler Renner. Auf Instagram, glaube ich, hat jetzt schon 980.000 Likes innerhalb weniger Stunden. Drei, vier, vier. Gleich. Im Moment hat es 946.000. Aber wenn das so rasend in dieser Geschwindigkeit weitergeht. Und über 300.000 Kommentare. Mein Gott, weil da einer seinen Po in die Kamera hält. Aber was soll's. Wir haben weiteres buntes. Ich glaube, ohne viel nackte Haut. Wobei... Nee, nee. Nee, nee. Schauen Sie mal hin. Ja, die Szene.